Wir sind ein junges Team, wir arbeiten interdisziplinär und wir sind per Du und die Kommunikation, die läuft halt eben auf Augenhöhe. Sodass wir das Gefühl haben eher eine große Familie zu sein als eine ganz autarke Abteilung. Der Kontakt zwischen Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten sehr eng ist. Ich arbeite gerne hier, da ich die Möglichkeit habe, mich in meinem beruflichen Werdegang frei zu entfalten. Ich habe damals als Assistenzärztin 100 Prozent gearbeitet, habe dann reduziert und das war jetzt mit der Facharztausbildung bzw. mit dem Erlangen des Facharztes und jetzt Oberärztin kein Problem gewesen. Die technische Ausstattung der Klinik ist mittlerweile sehr gut. Es ist in den letzten Jahren viel investiert worden, sodass wir wirklich sagen können, dass wir eine modern und gut ausgestattete Klinik sind. Wir haben einen sehr, sehr guten Kontakt zu den anderen Fachabteilungen. Das zeichnet unsere Klinik, finde ich, auch aus und jeder dann zusammen im Team auch tatsächlich über sich hinaus wachsen kann. Kommen Sie zu uns ins Team. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Medizin zu machen, die Sie sich vorstellen und ich werde Sie dabei unterstützen. Klinik. 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 Klinik.